ein morgen ach das immer wieder PlayStation von Twitch Stream mit Radborn nach einem mehr als überflüssigen Tod naja wollte ich ja wieder gut sammeln können die Erfahrung nein nein mach doch keinen Quatsch hier was mach ich denn Blödsinn hier Mann, Mann, Mann Zeit für Rollen naja ist klar verdammt das blöde ist man weiß nie ist vielleicht da unten doch was wenn das da steht sind das Trolle oder ist das ein echter Tipp ist da noch einer ach na klar lebt noch einer ja ich weiß so hier oben die Oma hier oben die Oma um die Ecke nehme ich auch noch mit ich will nur den Dicken nicht machen das ist da baue ich wieder eine Karte und sterb sie los aber fast 300 Erfahrung die muss man ja mitnehmen ok wo liegt mein Blut sie hat es nicht schubsen ist gemein hier an den Stellen hat der Dicke das ne shit 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 ach du Hure Ey, wie sie auch durchlürft durch ihn. Oh, Panik! Nein! Ach, shit! Ficken! So viel schöne Erfahrung weg. Mano! Scheiß Dreck hier. Ach, zum Kotzen die Stelle. Ja, wie unfair, dass die auch die Molotow-Cocktails durch den Typen durchwerfen kann. So ein unfairer Scheiß hier. Dann renne ich diesmal durch und kloppe die Alde direkt um. Mann, ist das ärgerlich. Zwölftausender fahren oder so waren es. Zwei Level. Woa! I did. Bitch. So. So. so war eigentlich auch eine gute stelle um hier zu fahren wenn ich mal wieder heilung braucht soll ich mal probieren hier runter oder hat es doch fängt dass sich nicht in die ihre wegen wollen hier wollte mich doch verarschen neue nudel da bist du auch gerade sehr schön was tue ich denn Was mache ich denn wieder zum Quatsch? Ach, der ist... Ah, da muss ich doch... So, der hat schon wieder einen tollen Kiesel für mich. Oh, Mann. Nein! Fuck! So. Das ist die... Wilde... Schlapp... Okay. Soll ich mal den dicken pullen? Soll ich mal den dicken pullen? Oh. Oh. So. So. Jawoll. So, das ist vielleicht besser so. Jetzt kann ich die Olle machen. Was ist die denn überhaupt da? Komm mal raus. Spam jetzt einfach, oder? Ach, genau. Wow. Ich treffe natürlich nicht. Ist klar. Ach, Leute. Verarschen, Alter. So, hier war da irgendwo noch ein Hund. Mal Licht anmachen. Oh, das Pferd hat auch schon beste Tage gesehen, hä? Hallo. Wah! Wo kommst denn du her? Steinscherbe. Hier oben war noch ein Item irgendwie. Was ich da hinkomme. Hier ist die Leiter. Okay. Vielleicht nicht einfach hier alles anzünden. Die ausräuchern hier. Ach, verdammt. Da muss ja irgendwo noch meine Erfahrung liegen, oder? Ich hab's vergessen. Da muss ja irgendwo hier sein. Hier liegt noch was. Wo ist denn das Zeug jetzt? Oder hat das ein anderer Gegner wieder? Ich hab noch nicht so richtig verstanden, nach welchem System das geht hier. Es halt manchmal das Zeug am Boden liegt und manchmal das ein Gegner hat. Und dann oft auch ein Gegner, der mich nicht getötet hat. Da steh ich nicht so ganz. Hm. Na ja, geh nochmal hoch. Ja. Äh. So, das hier müsste zurück sein, ja. Wer ist das Item? Ja. Schon wieder wär auf einem Rollstuhl? Der hatte es. Okay. Wie ist denn der mit dem Rollstuhl da hochgekommen? Ist jetzt natürlich auch die Frage. Wie ist der hier hochgekommen? Jetzt ist jemand gestorben. Neuer Bereich, ja? Küste. Schick. Sehr schick. Wow, wie groß das doch ist. Ui, hier unten eine dicke Villa. Hier hinten, ah, hier sieht man noch so ein bisschen von der Stadt. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das wird noch ein ganzes Stück sein. Ah, hab's da echt noch zuschlagen können. Gut, Tauro, schön. Da ist ein bisschen was los am Lagerfeuer. Eine Grillparty. Nein, scheiße, bin ich tot. Ja. Ach, Kinder. Ach, Mann, du. Ach, Mann. Scheißdreck hier. Ätzend, ätzend. Nochmal den Quark. Ach, Mann. Ui, halt. Einfach noch auf den Gegner schlagen. Ja, guck, das klingt nach Bug, oder? Das klingt so ein bisschen nach Bug oder Exploit. Das ist ja ein bisschen lame, wenn ich da einfach nur durch die Luft fuchtel immer. Weniger treffen lassen, wäre vielleicht auch eine Idee, ne? Vielleicht wird nur so einfach sagt hier. Ich könnte ja einfach auch einen Kiesel-Shop aufmachen. Einen Kieselladen. Wo ich viele kleine Kiesel verkaufe. So viel wie ich hab. So viel wie ein Kiesel-Shop aufmachen. So viel wie ein Kiesel-Shop aufmachen. So viel wie ein Kiesel-Shop aufmachen. hier ja 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 gut jetzt habe ich die trotz von ihm nicht gerecht aber naja noch eine hexe molotov cocktail super komm her und die blutsteinscherbe habe ich auch so viele wieder und ich brauche sie überhaupt nicht den opa lasse ich jetzt mal leben dahinten blutsteinscherbe geil wie viel habe ich nur die zwei sein oder herr ein das ist alles eurer schuld das ist alles eurer schuld blöde stelle ja 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 das wirkte auch überhaupt nicht gegen so jetzt ein bisschen zusammenriss und dann ist er auch tot nein ach man ich habe doch schon so oft gegen die gekämpft und trotzdem stelle ich mich wieder an wie der erste mensch das geht doch man ey 17.000 erfahrungen yeah ach jetzt kann ich bestimmt hier leichtes Tor aufmachen denke ich heieiei ok he das ok ja ok 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 kann es sein doch was ist das dahinten der Sensenmann sind das für leichten berge hier wieder was für höheres wesen das tor hier noch aufmachen ja gut dann erst mal das tor dass ich hier schneller wieder sind sehen ein ganz schön aus 2000 1000 oh shit 21 nur Nein Nein Oh 1 wow Alter Schade, das ist nicht der Freierangriff, man. Das ist nicht am Nerven. Puh, gut. Vier Blutviolen. Alter! 24.000 Erfahrungen. Fast. Mann, ich glaube, ich muss zurück. Scheiße, hier sind ja gleich hunderte Hunde. Auf gut Glück durchgeschnitten. Hier unten, ja. Hier unten, ja. Spinning, yeah. Super. 25.000 Erfahrungen. Ich müsste wirklich zurückgehen. Das ist noch ein Hund und so eine Oma. Ja, komm, was soll's. Ich geh zurück. Äh, ich geh lieber auf Nummer sicher. Wenn so richtig sicher ist das an denen vorbei, hier auch nicht. Aber... Da hat's geruckelt. Gibt's immer wieder so ein paar Stellen, wo's krass anfängt zu ruckeln. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Aber... Da bricht die Frame-Aid mal ordentlich ein und dann geht's wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. lady aber hallo äußerst bequem hier 26.500 ja das dürften drei mit ein bisschen glück vier level sein manu man ja kein boss heute aber ja aber ein paar level neues gebiet neue gegner waffen verstärkt passt eigentlich ja drei alter schwede 8600 kostet dann schon level also machen wir auf jeden fall mal geschickt vitalität und ausdauer oder oder hier mal nicht mal blutfärbung noch eins obwohl ich gar nicht weiß erhöht das jetzt wirklich mein angriff es erhöht doch nur die abwehr gerade hier das kraft von kriegs quecksilberkugeln waffen bestimmt naja machen wir mal ja doch verbessern kann ich die waffen nicht den hier könnte ich aber der ist ja scheiße den benutzen ja hier zwillinge brauche ich dafür dafür benutze ich das ding zu wenig und hast du es auch nicht genug das gilt gibt es hier was neues ja physischer angriff damit hier ja hier auch wenn ich den da rein macht plus 2,7 und erhöhung widerstand ja das das ist 43 47 irgendwie ist der scheiße also ich finde den nicht so geil Nimm ich lieber weiter das Ding. Könnte ich hier eigentlich schon was machen? Nee. Der Opi mir vielleicht was Neues zu sagen. Rabbel du mal in dein Bad rein. Ähm, Items vielleicht. Nein. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen Heilung. Gucken, wie viel habe ich denn so gelagert? 20 Kiesel habe ich im Lager. Na, was geht eigentlich noch? Ich hätte mit mehr gerechnet. So, was hat denn ich hier noch so? Blutsteinscherbe, normale. Trabschimmel. Schlüssel. Ach so, hier unten muss ich ja auch noch, hier war ja noch der Typ, bei dem ich klopfen kann, an der Kathedrale, wo ich das passwort oder so wissen muss. Aber da muss ich bestimmt erst den Boss da killen. Hier habe ich noch Klamotten, die aber nicht so viel geiler sind. Obwohl, der? Nö. Blutabwehr. Ja, die wäre hier am Anfang im Wald schon ganz gut gewesen, aber jetzt sind ja nicht mehr so viel Schützen. Äh, nö. Na schön, ihr merkt, ich mache gerade ein bisschen langsam. Denn ich mache jetzt auch Schluss für heute. Ich denke, das ist eine gute Stelle. Ähm, bevor ich noch irgendwelchen Blödsinn mache und wieder Zeug verliere, mache ich hier Schluss für heute. Morgen ist Montag, das heißt, äh, morgen kein geplanter Stream. Vielleicht spontan, wenn ich Bock habe und Zeit habe. Dienstag, äh, wahrscheinlich Neverwinter auf der One. Und Mittwoch bestimmt hier Bloodborne weiter. Oder vielleicht auch Bloodborne morgen nochmal weiter. Mal sehen. Je nachdem, äh, wie ich Lust und Laune habe. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zugucken. Äh, euch einen schönen Starten, die doch, äh, erfreulich kurze Woche. Macht's gut. Wir sehen uns am Dienstag spätestens. Gute Nacht. Reingehauen. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020